Wir befinden uns in Forstnäder Allee 99, erstes Obergeschoss, drei Zimmerwohnung 93 Quadratmeter. Hier direkt zu rechten ein zweites Gäste-WC. Damit fangen wir einfach mal an. Die Wohnung hat überall ein Vinylboden und Fußbodenheizung. Hier das Bad mit Wanne. Alle Zimmer sind hier nach Süden ausgewickelt. Hier das Schlafzimmer. Sämtliche Fenster werden jetzt ausgetauscht gegen neue Fenster, Thermopenverglasung mit Jalousien. Hier ein ganz großer Flur. Hier nochmal die Eingangstür. Abstellkammer. Zweites Zimmer. Kinderzimmer oder Büro. Offene Küche mit Anschlüssen hier. Die jetzigen Mieter hatten das bis hier vorne auch genutzt und auch mit einem Essbereich. Hier das Wohnzimmer mit über 20 Quadratmetern. Der Balkon erstreckt sich über die gesamte Länge der Wohnung. Das ist der Ausblick. Eine reine Anwohnerstraße hier mit Echtholzdielen am Boden. Zu der Wohnung gehört ein separates Kellerabteil, ein Stellplatz, ein Waschkeller sowie ein Trockenraum und ein Fahrradkeller zur gemeinschaftlichen Benutzung. Das war es von meiner Seite. Mein Name ist Monika Diaz von Diaz Immobilien. Ich freue mich, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.